Jo, willkommen Leute zu einem neuen Video von mir. Heute an diesem Reaction-Samstag gibt es natürlich eine neue Reaction. Und zwar reagieren wir heute auf Bouncing Betty. Die haben einen neuen Song rausgebracht, der sich Last Christmas nennt. Ob es sich dabei um ein Cover handelt, wir werden sehen. Der Song geht 2 Minuten 30, mit Video natürlich. Ich nehme an, dass das der nette Tonio gefilmt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe es mir noch nicht reingezogen, damit diese Reaction jetzt natürlich auch true ist. Ganz klar. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns hier erwarten wird. Ja, auf jeden Fall schon mal sehr nice Vibes eingefangen. Da gönnt sich der nette Stefan natürlich direkt mal. Ja gut, da muss man es natürlich gleich mal sagen zu den Gitarren. Nee, Spaß. Auf jeden Fall sehr coole Vibes hier. Muss ich hier ganz ehrlich sagen, fühle ich auf jeden Fall. Anders, als ich erwartet hätte. Natürlich rockig, so wie es sein muss, so wie es sich für Bouncing Betty gehört. Sehr gut, gefällt mir schon mal sehr gut. Video natürlich auch Corona-konform hier. Alle Regeln beachtet. Nur alleine natürlich. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Coole Vibes hier. Gut, die Hook natürlich catchy wie immer. Sorgt natürlich auf jeden Fall für den Ohrwurm-Charakter, den man hier erwartet hat. Also, ja. Kann man machen. Das war's. Das war's. Dieser Boner, auch zu wild. Ja, also ist natürlich auf jeden Fall hier schön gecovert. Das Lied ist natürlich, ich sag mal, schon mal sehr anspruchsvoll zu covern, weil es doch schon jeder kennt und dem einen oder anderen vielleicht auch schon auf die Nerven geht. Aber ich denke, ganz gut umgesetzt auf jeden Fall bisher. Nettes Solo hier an der Stelle auch. Kann man machen. Last Christmas, oh, last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, I gave it away. This year, to save you from tears, I gave it to someone special, all right. Also Video feiere ich auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht von den Möglichkeiten her, die natürlich hier durch die Beschränkungen einfach gegeben sind. Aber ich denke, ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, was rausgeholt hier. Ja, also Stefan in seiner natürlichen Umgebung, so wie man auch kennt. Also wer ihn kennt, weiß natürlich, so ist er. Ja, Merry Christmas, das war der Song. Auf jeden Fall sehr schön kurz gehalten hier. Finde ich auch gut. Also ich meine, die Hook hat man ja auf jeden Fall schon tausendmal gehört. Das ist gut, dass die nicht zu oft kommt. Aber an der Stelle auf jeden Fall sehr gelungen umgesetzt. Und das Video macht es natürlich nochmal deutlich besser, wie ich finde. Ist halt, ist und bleibt halt ein Weihnachtssong, was soll man machen, ne. Aber auf jeden Fall cool. Cooles Cover einfach an der Stelle. Aber natürlich auch nichts, was man sich dann so das ganze Jahr über anhören kann. Aufgrund von gewissen Umständen. Aber cool, feiere ich auf jeden Fall gelungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like da oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns. Bis.